Herzlich Willkommen zum Vorfahrtstraining von fragdenfahrlehrer.de auf YouTube mit der Übungsaufgabe Nummer 8. Ja, diese 8. Übungsaufgabe, die hatten wir am 31.10.2017 auf Facebook besprochen. Manche von euch hatten dort ein Problem mit dieser Aufgabe, weil zum ersten Mal Fußgänger mit ins Spiel kamen. Hier ist jetzt nochmal, genauestens erklärt von mir, viel Spaß dabei. An dieser Kreuzung treffen sich vier Verkehrsteilnehmer, zwei Fahrzeuge und zwei Fußgänger. Und jetzt ist wie immer die Frage, welche Vorfahrts- bzw. Vorrangregeln gibt es und in welcher Reihenfolge wird gefahren bzw. auch gegangen. Hier in diesem Fall sind auch Fußgänger dabei. Du kannst jetzt den Film wie immer auf Pause drücken, die Situation in Ruhe angucken und kurz überlegen. Und wenn du anschließend auf Weiter drückst, sage ich die Lösung und erkläre sie ausführlich. Die richtige Reihenfolge lautet, zuerst geht der grüne Fußgänger, der von oben kommt, danach fährt das Motorrad, danach fährt das gelbe Auto und zum Schluss geht der blaue Fußgänger. Gucken wir uns mal die Vorfahrtsregelung an. Kein Polizist, keine Ampeln, keine Vorfahrtsregelung im Verkehrszeichen. Also ist an dieser Kreuzung Vorfahrtsregelung rechts vor links. Brauchen wir aber hier nicht zu beachten, weil beide Fahrzeuge, die hier sind, haben niemanden auf ihrer rechten Seite. Darum haben wir hier überhaupt keine Vorfahrtssituation in diesem Beispiel. Vorrangregeln müssen wir hier beachten und zwar müssen Linksabbieger den Gegenverkehr durchlassen. Wir haben hier einen Linksabbieger. Und dann muss man auch, wenn man abbiegt, alle Fußgänger und Radfahrer, die man am Fahrbarand in Längsrichtung kreuzt, auch durchlassen. Und die Situation haben wir hier auch. Dann sprechen wir mal die einzelnen Verkehrsteilnehmer der Reihe nach durch. Fangen wir an mit dem gelben Auto. Das gelbe Auto ist Linksabbieger und Linksabbieger müssen ihren Gegenverkehr vorlassen. Also muss das gelbe Auto das Motorrad vorlassen. Dann muss man generell beim Abbiegen alle Fußgänger und alle Radfahrer durchlassen, die die Straße überqueren, in die man gerne einbiegen möchte. Und das wäre in diesem Fall der grüne Fußgänger. Das gelbe Auto muss also auch den grünen Fußgänger vorlassen. Dann machen wir weiter mit dem Motorrad. Das Motorrad ist kein Linksabbieger, muss deshalb auch keinen Gegenverkehr vorlassen. Aber das Motorrad ist Rechtsabbieger und auch Rechtsabbieger müssen alle Fußgänger und alle Radfahrer durchlassen, die die Straße überqueren, in die sie gerne einbiegen möchten. Darum muss das Motorrad auch den grünen Fußgänger durchlassen. Der grüne Fußgänger, hatten wir gerade schon geklärt, darf vor den beiden Fahrzeugen die Straße überqueren, weil die beiden Fahrzeuge in seine Straße einbiegen wollen. Der blaue Fußgänger muss warten. Er hat keinen Fußgängerüberweg. Er bräuchte in dieser Situation also einen C-Wahlstreifen, weil er die Straße überqueren will, bevor das Auto abbiegt. Das Auto fährt ja nicht in die Straße rein, in der der Fußgänger ist, sondern es kommt aus der Straße heraus, wo der Fußgänger sich befindet. Und dann braucht man ihn nicht durchlassen, nur wenn man in die Straße einfährt, die der Fußgänger überqueren möchte. Jetzt gucken wir uns mal den Ablauf an. Zuerst lassen beide Fahrzeuge den grünen Fußgänger und die Straße überqueren. Dann lässt das gelbe Auto als linkserbieger das Motorrad vor und fährt anschließend hinter dem Motorrad auch in die Straße ein. Und zum Schluss geht der blaue Fußgänger über die Straße. Das war die Aufgabe 8. Gar nicht so schwer gewesen. Fußgänger haben also nicht immer Vorrang. Trotzdem natürlich die Fußgänger immer mit Vorsicht genießen. Wir wissen nicht, ob sie die Verkehrsregeln kennen, denn sie brauchen ja keinen Führerschein zu haben. Wenn ihr Lust habt, weitere Aufgaben zu lösen und mitzuretzeln, dann guckt mal hier in meinen YouTube-Kanal. Dort ist noch einiges, was ihr euch da anschauen könnt. Ansonsten einfach mal bei fragdenfahrleger.de oder bei Facebook bei fragdenfahrleger.de vorbeischauen. Dort bekommt ihr regelmäßig nützliche Infos rund um den Führerschein und ihr kriegt Hilfe dabei, eure Führerscheinprüfung erfolgreich zu bestehen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer am Ende meiner Filme alles, alles Gute für euren Führerschein. Ihr schafft es, wir sehen uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.